Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mottland. Zur hunderten der ersten Folge. Hinterbei ist natürlich auch der Nico. Hi. Und bevor wir irgendwie groß labern, werde ich euch mal zeigen, was wir so in den nächsten hunderten Folgen vorhaben. So, jetzt sind wir hier und wir haben nämlich so ein neues Projekt geplant. Das nennt sich Outpost Alpha. Und das ganze stellt euch jetzt mal vor, wie das ganze so aufgebaut ist und was wir da so machen wollen. Und ja, wir befinden uns ja momentan hier. Und das ganze Ding in dieser Outpost soll hier oben hin. Das ist relativ nah, ich weiß. Aber da wir das ganze mit dem Tunnel verbinden wollen und der sehr mit Materialien intensiv wird, sagen wir mal so, können wir den nicht so lange machen. Das dauert ewig lang und das ist ja einfach nur nervig. Deswegen haben wir es doch in die Nähe ein bisschen gesetzt von unserer Base. Ich wollte eigentlich weiter weg machen, aber ist halt so, ne. Und hier ungefähr kommen wir dann raus. Das ist mir jetzt einfach mal so ein U-Klatten für U-Bahn quasi, damit ihr wisst, dass da ungefähr der Ausgang ist von der U-Bahn. Ja. Ansonsten, was wollen wir jetzt in diesem Outpost machen? Da sind so zwei spezielle Sachen, die wir da machen wollen. Einerseits haben wir nämlich nie uns richtig um Essen gekümmert. Wir haben zwar eine kleine Getreidefarm, aber die benutzen wir quasi nie und wir ernähren uns quasi nur von den Sachen, die wir auf unseren Reisen finden. Mehr nicht. Und da das Zeug auch irgendwann leer geht, wie es langweil der Fall ist, müssen wir uns halt mal ein bisschen um Nahrung kümmern und auch mal um so andere Farmen automatisierte. Wie zum Beispiel eine Baumfarm. Und das ist bisher das, was wir da machen wollen. Eine Baumfarm und eine Getreidefarm, die automatisiert ist. Da ist diese Baumfarm. Und da ist die Getreidefarm. Nur ungefähr. Die wird noch viel größer wahrscheinlich. Aber ungefähr so ist es geplant. Und das können wir natürlich auch dann beliebig erweitern. Oder noch mehr, wenn wir Bock haben. Und ja. Wir bleiben jetzt mal bei zwei Stücken, weil ungefähr so eine Farm kostet allein an Kupfer 4 Stacks. Und da sind natürlich noch viel mehr Ressourcen, die wir brauchen. Aber nur gut. Und das ist einmal das hier. Ansonsten wollen wir da uns ein Labor hinklatschen. Das kommt ungefähr in diesem Bereich hin. Das ist unterirdisch hauptsächlich. Und da ist dieses L jetzt. Da ist ungefähr der Eingang dafür. Ist halt nur eine grobe Planung. Und dort wollen wir dann gefährlichere Mods testen. Zum Beispiel einerseits eigene Kreaturen erschaffen, die da einfach einkämpfen. Die sich ein bisschen mit Zaunkopf beschäftigen und anderen Mods. Und da können wir unsere ganzen Portale auch reinklatschen. Das ist quasi so ein Sicherheitslabor, was dann richtig abgesichert wird. Und ich glaube, das ist ganz cool. Das Ganze werden wir dann mit einem Zaun umranden. Ich weiß noch nicht genau wie und welchen wir da nehmen werden und wie der aussehen wird. Und ja, bevor wir überhaupt da anfangen, werden wir aber die ganze Fläche flatten, also schön gerade machen und alle Bäume entfernen. Und dann werden wir da alles schon draufbauen, alles schon ausleuchten, Zaun drumrum klatschen und das dann so künstlich Wege anlegen und Bäume pflanzen, damit das wieder schön aussieht. So ist das geplant. Und ja, das Problem ist, diese ganzen Sachen kosten halt sehr viel Energie. Ja, und da brauchen wir halt immer, dass uns die Energie liefert. Die Farben brauchen massiv Energie. Das Labor ebenfalls. Wir wollen die ganze Beleuchtung nämlich elektrisch laufen lassen. Das heißt, wenn wir keinen Strom mehr haben, geht das komplette Licht aus und so. Da können wir Monsters spawnen und so weiter und so fort. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Und deswegen brauchen wir mehr Energie. Okay, mein Plan war da, lass uns doch einfach ein Atomkraftwerk bauen. Ist gefährlich, aber es liefert die nötige Energie. So, hier hinter den schönen Felsen, da ist eine Wüste. Und da können wir unter dem Stand das Atomkraftwerk hinsetzen. Falls es explodiert, kein Problem, Wüste. Dann ist es auch noch so eine Rehe, wo die Kahlunterunterlaufen können. Und ein Berg schützt uns gerade auch noch vor der Explosion, falls es irgendwo hochgehen sollte. Was wir natürlich nicht hoffen. Also optimal, finde ich. Und das ist so unser Plan für die ungefähr nächsten 100 Folgen. Und das meiste wird durch heute ins Labor gesteckt, in der Maßenzeit. Und in den Tunnel. Ah, mal schauen. Das wollen wir natürlich auch noch ein bisschen anders erweitern. Da kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Die werden wir uns aber momentan noch nicht verraten. Wir wollen uns alles vorab nehmen. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt erstmal wieder in-game. Und ja, dann viel Spaß. So, jetzt mal wieder zurück hier in-game. Und wir haben jetzt auch ein schöner Fallschema. Und wir werden jetzt mal zu unserer Welt fliegen werden. Mit dem ich noch nicht mehr weiß, wie ich lenke. Wie hast ihr einfach. Ja. Irgendlich. Das ist halt das Problem. Was? Ja, dann tschüss. Oder muss ich da zu weh drücken? Ja. Okay. Muss da zu weh drücken. Ich dachte eigentlich auch. A und D, funktioniert aber nicht. Nee, muss da zu weh drücken. Und ja, die Baumfarmen, die wir am Outpost bauen werden, die werden wir jetzt schon mal jetzt bauen. Und warum soll ich hier einfach ja für den Schulden Holz brauchen. Woja? Weil der hat auch Holz gebaut. Ziemlich viel. Holz. Er hat hier nicht zu weit, sonst kommt er doch auf. Ja. Bei mir ist gerade das Regnerisch leider. Ich hab hier schon einen neuen Shader drin. Bei der anderen Leid. Ich bin sogar als Gegenweg ein paar Grafik gedacht. Und so. Wir müssen mal hier das... Wir müssen mal hier das Gebiet auch mal operieren, Nico. Das hier. Bisschen so. Ja, stimmt. Das ist schon immer so. Und im Niederlande sagt, ja, warte, komm so raus dir. Hui. Ja. Oh. Ich schaff's nicht mehr. Nee, du schaff's nicht mehr. Nee. Ich bin eigentlich noch zum Haus. Fregend, ja. So. Ähm. Shift. What? Aua. Willst du mich verarschen? Was? Wie hast du das geschafft? Ich bin ganz normal aufgekommen. Ja, dann komm mal wieder raus mit dein Sachzeug. Weg. Es kann sein, dass du... Ich bin hinter dir. Es bedarf man auch. Ja, warte, ich wurde echt... Ja, dann bin ich schon. Ey, ich bin noch ganz normal aufgekommen und bam, bin ich tot. Ey, das ist wirklich ne Witze, ey. Komm, ich hole deine Erfahrungen erstmal, Nico. Hab ich halt bekommen. Super. Oh, warte mal. Entschuldigung. Ja, danke. So. Okay. Alter, was ist ein Scheiß. Ähm, sagt jetzt mal reingehen und so. Weil es wirklich ist. Das ist ein bisschen doof. Ja. Den würde ich gerne noch schütten. Ich will gleich. Kommen Sie her. Ja. Und Nico, du hast dich dann bald um die Mindy-Turve gekommen. Der Gericht hier. Der Gericht hier. Der Gericht. 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 Ansonsten kümmern wir uns erstmal um die Mine-Head-Lots. Ja. Dann machen wir dazu. Ich geh mal in den Hit-Lots. Ah, hier haben wir mehr, oder? Wie viel bauen wir denn? Bei Mine-Head-Lots. Äh... Mach's mal einer. Oder? Wir können ja mal schauen, wie viel sowas kostet. Ist gar nicht so schade, glaub ich. Hat jemanden. Wenn wir die beiden schon zeigen. Super. Okay. Ja. Ja. Na, so. Die brauche ich eigentlich nicht, wenn die paar sind. Nein, nein. Hm. Soll es eine normale Mine-Head-Lots? Die größte Höhle dieser Welt. Okay. Serious. Wir nehmen eine normale, oder? Ja, ja, einfach eine normale Mine-Head-Lots. Okay. Spitzer wie nicht wir? Mann, Spitzer. Okay, klar. Ja, die müssen wir irgendwie abbauen. Ganz sehr anspruchsvoll. Computer? Oh, ich bin da raus. Ja. Das ist so schläge. Es sauht sie. Mhm. Okay. Das mach ich grad. Was? Was mach ich? Oh, Alter. Drei Stück. Weiche von du? Ich mach mal direkt drei Stück von, oder? Ja. Mach mal. Hier hat irgendwo ein Skelett. Da oben. Ich schieße dich grad ab. Ich glaub's war ich bei... Ich dachte erst, das wäre so du gewesen. Ui. Okay, ich geh jetzt einfach nach Hause. Ähm. Das war das falsche Portal. Okay. Pff. Sieh nur. Das Portal hat ein... Indigens gefühlt. Eine Höhle. Oh ne, come on. Das Spiel muss auch so. Ne. Aha. Na gut. Wenn's sein muss. So. Jo. Achso und wir machen jetzt auch die Folgen kurz auf. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Erstmal mit 10 Minuten anfangen und dann... Genau. Einfach dann so 10 Minuten folgen, dann kommen wir trotzdem auf welche Minuten. Ich glaub schon. So. Ich werd mir jetzt... Ach du Scheiße. Ich werd mich darum kümmern, eine Farm zu bauen. Weil ich würd sagen, wir geh erstmal pennen, weil ihr werdet draußen unser Gebiet vor unserem Haus bieten verschönern. Weil da kann ich dann die Farmen bauen. Okay. So, brauch ich noch irgendwas? Das ist ja ganz geil. Nee. Kannst du irgendwie helfen? Nee. Ist schlecht. Mir kann man nicht mehr helfen. Wollt ich mal Platz rein geben? Schneller kann ich mal... Ja, weil ich besser was rausnehme. Ich kann's lieber reinlegen. Keine Ahnung. Brauch ich aber gar nicht. Ähm. Kannst du mal zum Bett gehen? Ich komm gleich. Ja, ja. Aber... Nee. Das ist aber... Wird glaub ich ne MFSU. Wollt ich dann mal bauen. Gibt's noch darum. Ja, die Wandelfählen können wir uns ja auch kaufen. Bei unserem PC. Ja. Sonst leise aber egal. Wieso? Okay. Was geht dir eigentlich immer dran? Ja? Nein. Schlecht mich nicht. Hör auf. Ich hab's wieder gewascht. Na Quatsch. Mal gucken wie oft... Wie's macht man schon das? Das ist super oft. Weitere diese Java-Woche. Ist fertig gehalten? Ja. Tja. Wir hatten 10 Minuten. Vor allem die ist mir die Leute mit dem Interview. Ne? Das war mal ein Kabel gelegt da. Hm. Mal schauen. Ähm. Also erst mal drei Stück, oder? Ja. Mach mal drei. Dann muss ich eh noch alleine programmieren. Naja. Ähm. Dann... Dann werde ich mich das draußen mit drauf gegeben. Aber ich brauche auf jeden Fall das Schaufel. Ich brauche hier eine Schaube. Ach. Wiss... Was? Was? Du glaubst du... Ach. Ich hab ausgesehen ein Glas hier ge... ...geplatziert. Schock mich nicht so. Ich hab schon da so ein Wurf dran gebraucht. Ähm. Ähm. Ihr wisst, ich hab... ...Dings gegessen. Okay. An mir... ...und... ...was hier? An mir... Warten wir auch... Stein? Hm. Ich hoffe, es geht auch mit Pimble Stone. Unwahrscheinlich. Hm. Ist das überhaupt... Ähm. Lass da auch noch was schön. Sticks. Einmal relativ dicht mehr. Ne, hab ich alle genommen. Warte, ich kann sie da reinlegen. Ich brauche nur ein... ...zwei. Sind das zwei? Ja, wunderbar. Einen 30. Ja. Ich komme da wohl sogar hin. Guck mal gleich mit einem weg. Mhm. Obwohl, es geht ja nur hier in dem Raum. Lala. Ah. Ich brauche nur... Ich brauche... So. Und dann? Ich gehe raus. Tschüss. Ja. Das ist okay. Achso, ich bringe den Shane aber schon noch zu sagen. Ich nutze jetzt hier... den... cooler Shader. Der andere dazu ist, der hat leider Grafik, Texturen, Fehler bei zauberten Gegenständen. Ach du Scheiße. Das wird mir eingepackt. Das Öl brauchen wir eigentlich nicht mehr, oder? Das Öl will ich wegtun. Das will man auch noch anders. Ja. Oder? Ich will das nicht mehr wegtun. Ich will das nicht mehr wegtun. Ja. Oder? Ich will das nicht mehr wegtun. Ich will das nicht mehr wegtun. Das ist ja auch... Einen Meining Turtles. Zwei Meining Turtles. Zwei Meining Turtles. Aua. Aua. Die dritte. Oh oh. Puh. Okay. Alles gut. Hm. Schade. Ja klar, nichts ist mein System. Dankeschön, Matthias. Ich hab schon nur zwei Knochen und Leder, wo war das schon? Ich hab gar kein Filmmittel. Die Herrliche. Scheiße. Warte, ich kannst die Öl. Alles Öl, ne? Scheiße. Ich repariere da nicht, hab ich keinen Doktor. Tut mir leid. Aber... Nee. Du brauchst schon die Farben. Probierst du hier in Witzwürste. Ähm... So, was machen wir jetzt? Also, das ohne Farben. Ach so, die Kohle ist schon fertig. Äh, die meine Entschuldigung. Oh, naja, das stimmt. Dann mach mal einfach das. Dann hält ich die gerade, oder... Dann werde ich unten mal den Rob ausheben. So, Torch. So, ne 28. Wir brauchen Kohle und dann noch ein paar Kissen. Kohle? Auch? Ja, wir brauchen irgendwie Treibstoff. Okay, auch Lava oder Holz oder so. Aber dann nehme ich Kohle. Warum ist man hier Monster? Ach, ich bin zu dunkel, ne? Scheiße. Wirklich. Ich bin nicht einfach ne Fakten mit mir drauf. 36 wird wohl reichen, oder? Ja, ja. So. Hm. Okay. Dann lassen wir halt hier den Raum aufheben und so. Ich würde sagen, wir gehen mit dem Aufzug nach unten. Okay. Ach, wie weit nach unten? Wir brauchen ja irgendwie... Wir müssen ja irgendwie... ... gerade Zugschriften quasi bauen, ne? Schauen wir, ob wir mal. Das wird wahrscheinlich. Nein. Kommt noch nicht. Kommt noch auf. So. Jetzt halt die Frage, wie tief wir müssen, ne? Weil wir gerade Strecke haben. Das heißt, wir müssen eigentlich mal gucken... Lass mal da in die Gegend fliegen. Ja. Oder dann auch noch ein bisschen. Bestimmt. Wie ist das eigentlich... ... bei mir das... ... die Mieten abzuverpizeln? Ich werde mir gerade auch... Zeig mal. ... die Mieten abzuverpizeln... Ich bin scharf. Du hast die Rang... ... der Zoom-Klappe noch. Kann mal Rang so... Ich glaube, mit Z. Kommt mir noch Z aus? Nee. Ist das Y da? Oder plus? Plus? Nicht jetzt plus. Das plus. S plus. Ne, keine Ahnung. Egal. Da muss ich ja noch keine mehr schauen. Ähm... Okay. Dann lass mal hinterfliegen. Fuck. Ein Herz. Ich hab das umgestellt, aber das Problem ist, dass es hier ein Backup ist, also ein Backup von Backup, keine Ahnung. Controls. Auf M soll keine Taste sein. Bitte. Das wäre tot. M war es noch auf M. Richtig. Doch. Ja, es kann nicht sein, alles, was zwei Dingsen hat, ist rot. Ja. M war rot bei Switching Ding. Und eins hab ich eben gesehen. Hey, Wohlen. Wohlen, Wohlen oder was? Ja. Gut zu wissen. Wo ist denn die in M? E, T, T, Tab, Flash und O. Hoch? Habt das schon hochgegangen? Äh. Minions Mini, da. Oh, büt. Ist da gerade irgendwo hochgegangen? Ja, er hat öffert. Echt, will öffert mal was? Ich hab keine Ahnung, wo das ist. Ich hoffe, das sind Gase. Ich bin mal unsicher unten. Ach, ne. Ich hab mich nicht vermischt. Ich hab noch... Alter, ich bin tot. Jetzt regnet dich doch mal. So, okay. Wir... Ich geh auf die Erde und guck mal, ob es funktioniert. Ja. Okay, klatsch. Gut, jetzt können wir fliegen. Scheiße, ich bin da wieder gekommen. Also fliegen wir erstmal in die Richtung. Du weißt ja, wie ungefähr. Okay. Okay. Das ist ja quasi von so einem Aufzug hier. Gerade auch einfach an der U-Bahn, ne? Ja. Ja. Wir werden gucken, wo der tiefste Punkt ungefähr ist. Und dann mal so zehn Plöcke da unten mehr. Und dann... Das hier ist schon mal relativ tief. Ja. Mal schauen. Ja. So in die Richtung. Also hier sind wir bei 65. Okay. Ja. Ja. Notfalls erhöhen wir den Berg einfach oder so. Nee, das war doch. Ja, das ist doch doof, aber wir müssen ja Notfalls machen. Also ich würd' sagen, hier ist ja Wasser, ne? Also Wasser soll eigentlich das tiefste sein hier. So, warte mal. Müsste eigentlich überall gleich hoch sein, oder? Ähm, hier ist 61. Dann machen wir einfach 50. 50. Die Bahnstrecke, also ein Boden von der Bahnstrecke. Oder? Oder das Dach von der Bahnstrecke. Also ich glaub, relativ tief. Sagen du 45, das ist der Bahnstrecke. Ja. Gut. Aber ich will sicher gehen, oder? Wollen wir noch mal hier kurz gucken, oder wollen wir mal zurück? Ich... Also ich krieg schon zurück. Na gut. Na gut. Okay, dann machen wir das so. Kein nett. Ach, ja. Könnt ihr die nächste auch noch mal ein Büchgedoch ausrotten? Oh, ja. Das hat man dann schon. Das wird mich gesehen, wo ich einen Platz ausgerutschen habe. Tschüss. Also wir wenden den Aufzug runter. Das mit Aufzug runter gehen. Ja, genau. Das heißt, den Aufzug weiter noch umbauen ein bisschen. Wir können sowieso in den eigenen Raum mal hier... Ähm, was willst du jetzt halt mit den hochfahren? Was? Ja. Am besten dann wird die weg. Ja, komm mal rein. Dann, äh, dann. Scheiße. Was? 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 Ach so. Ich spitz da nicht viel zu gut, ey. Ich halte gerade eins ab. Und Lösch rein gemacht. Alter! Okay. Okay. Äh, mach Frau, du am besten das schätzt dann ab, weil ich hab Plätze mit ihm im Inventar einbiete. Das meine ich quasi schon vorher. Was? Ne, hier unten ist ja egal. Ach so. Nur hier oben was, äh, im Vorraum. Ah, okay. Ich hab's ja nur getestet. Da hab ich drauf. Wie das mit der Löschung gehen könnte. Ist auch noch nicht. Gescheatet. Alles gelb gekraftet. Oh, gescheatet. Was? So, ich weiß nicht, nach links, nach rechts, nach rechts. Ach, scheiße. Die gleiche Zeit entfernen. Wir müssen Mülleimer bauen, die irgendwo. Kann man Mülleimer bauen? Ich weiß, dass Mülleimer gibt. Zufällig. Es gibt Mülleimer. Weiß ich. Allerdings, ich weiß nicht, wie da ist. Dürfen Mülleimer heißt? Was wenn dann bei Bin? Was? Bei? Bin. Bin? Bin heißt Mülleimer. Ah, was weiß ich. Weiß ich, wenn es ja fertig ist. Ja, ich hab so schlecht gedacht. Ja, Bin. Hier ist Bin. Bin eingebaut. Ach, du Scheiß. Okay, bin echt schwer. Ach, muss ja. Ich glaub, weh, das muss ja gehen. Schau, ich jetzt noch was? Wir müssen ja den Boden auch wieder ausbauen. Wie den Boden ausbauen? Also, da wo du im Vorraum eben warst. Ja, muss man reparieren dann noch. Genau. Ach, ja. Haben wir hier noch einen von? Du sagst ja. E-Ronn. Hier. Hier. Ach, okay. Wir müssen soweit runter. Das wird spaßig. Bin. Ja. Bin. 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 Wunder. Mir kannt ja jetzt wieder einmal. Fünf Stück davon. Stone und Thres diode geht. Okay... Neh ne ne ne... Oh... ой... Also 45 es das unterste. Okay... Ich the least not tiefer, weil de es mal in der U-Station ist Weißler. und dann schieben die da dran dran. Ja, aber 45 müsste eigentlich ans Boden reichen. Ja, ja. So, ich hab Mülleimer gebaut, den tue ich mal hier. Ich tue mal lieber in den Stellen. Das Wichtigste am Wettbewerb ist schon mal. Geht wieder der Fliegen ab. Wie cool Geräusch das hat. Ich kann alles reinschweißen, was ich nicht brauche. So. Was mir nicht gehört, eher gesagt. Und das behalten wir alles. Aber wir werden immer unendlich vom Spiel entfernt. Was? War's das? Ich bin auf Höhe 45 übrigens. Okay. So, Nico, guck mal. Du musst da rein, ne? Du musst da empty drücken. Ups. Alter, das ist für die coole Geräusche das auch macht. Geil. Du bist auf 45. Stört. Nice. Dann komm ich mal nicht mit dem Fahrstuhl runter. Ja. Und unnützes Teil. In welche Richtung wollen wir jetzt aussehen? Diey... Jugo... Chlo... Weißt du was? So, oh oh. Okay. Oh, das ist ja gerade wie cool, ey. Du hast ja nichts hoch gehst. Alter. Ja. Wo waren die Wettbewerb im Weg? Gar nicht, oder? Doch, doch. Ich kann es jetzt schlecht sagen. Ich hab mich anziehen. Ja, ich hab's schon. Wo war Rot? Das ist die Zeit. Ah, die ist ja Lava. Ich hab das ein Ton an. Ich hab den Ton an, weil ich wüsste nicht, ob das Lava ist. Das ist eine Lava-Rolle. Also Lava. Oh. Das wird entfernt, weil das bret jetzt ab. Was ist das denn? Cool. Ja, cool. Ich glaub, über uns. Machen wir hier so ein paar Blöcke über uns. Ich will dich in der Krule Wüste dann sterben. Ja, war ich oder was? Ja, klar. Irgendwer muss das auch sein. Warte, den Blöcke. Ich hab mich doch drauf schnell. Warte mal. So. Aber... Nee, du brauchst die Block hier ab. So. Über uns. Aber warte, fack. Guck mal, braucht man Lava? Ich glaub, das wird gleich einfach sterben dann. Hä? Hä? Ah, ich hab's. Oh shit. Mach mal zu, ja? Ähm. Ja. Nico, du tritt gleich. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Das muss auswählen. Äh, gute Idee, warte mal. Ja. Sieh gar nichts hier. Oh fuck. Ja. Hör auf den Bohnen bitte. Danke. Oh oh. Ich darf zu. Oh, Alter. Warte, ich mach. Ich hab Wunschwert. Kommst du auf den Schaden? Ja. Ihr fackt jetzt wie ner Weg. Ja, das ist gut. Mach den Block weg. Oh oh. Ich mach einer. Nee, ich darf mich an. Au! Aua! Ach shit. Richtig hab Bock drauf. Ähm. Hast Lava? Ich will nicht mehr brennen. Hast du was zu essen für mich? Komm mal hoch. Ich brauch Wasser abmauern. Lava. Ich brauch dringend was zu essen. Wenn nicht. Boah, krass. Jawohl. Gut. Ähm. Ja. Fuck. Ähm. Folgen ändern. Was? Ja. Decken zur schnitten. Die fliegen ist das schon. Loi. Ja, okay. Machen wir dran. Äh. Traten wir überdrucken. Haben wir Water irgendwo noch? Einen. Einen Wasserein machen wir noch. Oh Gott. Ich komm mal runter. Dann mach mal Lava zu. Oder komm mal bitte her. Ich will dich spielen. Hallo. Oh man trefft mir jetzt zu. Ja. Oh shit. Alter. Boah. Ich bin erschrocken. Alter. So. So. Ich hab eigentlich gar keinen Schiff mehr. Eigentlich hab ich gar keinen Schiff mehr. Oh. 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 Ich will sterben. Ich hab nur noch Wasser dabei. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ich hab nur noch zwei Herzen. Warte mal. Jetzt guck mal was essen. Man scheint mir nicht zu sein. Ähm. Der Kontent auch nicht her. Was ist das Problem? Ah jetzt. Jetzt wirst du sterben. So. Komm. Oh oh. Nico. Da. Da ist Wasser rein. An die Wand irgendwie, dass du da rollen darf. Schaut euch machen auch. Leute ich will erst den töten. Komm schon. So. So. Jetzt. Jetzt. biота. Um Schramen bekommen? Oh. Der fuck. called me to sellen marose. Ja. Derべ 하ism. Five�ne. Hier ist dermal eine Gabe noch... Ja. So. Machen wir jetzt Platz. Die komplette Fanlade. Nicht viel übrig bleibt allen. Oh. Psstắp. So. Einfach verdampft. Einfach verdampft scheiß garne. Dieser garne. Deswegen. Und des rauch. Rauch ist tödlich. Ja. Sogar hier, ja, ist so. Du versteckst dann. Ah, macht nix. Okay, wir müssen immer hier ein bisschen... Ach du Scheiße. So. Fackel. So. Voll gut, ich werde hier noch mega suchen. Was machst du denn? Weiter Lava suchen. Ah, da wird schon nix sein. Ne, überhaupt nicht. Ich mach mal hier zu. Nicht hier runter die Zimmel kommen. Da ist noch eine weitere Lava-Schicht runter. Okay. Wir müssen die alle entfernen, leider. Stimmt, hier ist noch... Hast du denn in die neue Zimmel? Ist das ein Golem? Ja, die Börcher, irgendein Sound. Ich glaub, das ist ein Golem. Guck mal, was ganz riskant wird. So. Ich zieh nix. Oh, das ist schon alles, ja. Ja, ja, keine Ahnung. Unter uns ist auch so viel romantisch Lava. Wir müssen irgendwie gleich ein Bedrock abbauen. Leider. Was, Bedrock? Obsidian, Entschuldigung. Wir brauchen sowieso Obsidian. Ja. Mach nicht zu. Wir sind ein Golem, hier noch Lava ist. Ja, gut, bin mir tot der Schaden. Ja, vielleicht. Stimmt, du musst ja gleich eine gute Option erfauen. Ja, dankeschön. Vielleicht hätten wir es nicht. Vielleicht auch nicht. Haben wir die nicht immer dabei? Ja, oder? Ja. Ja. Nein, ich bin mir nicht. Ich bin kein Beispiel. Er kann auch die Lava bauen. Dankeschön. Ja, das macht voll Spaß. Ja. Ich hab keinen Platz mehr. Okay. Was the fuck? Meins auch voll. Ja. Oh. Boah. Ich muss sterben. Das kann jetzt dauern. Gürtisch. Schneller! So, echt? Laura. Sorry. Aber wie lange fällt jetzt mal die Folge? Etwas kürzer, dann geht das zu normal! Nein, 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 nein! Guck hier raus, da war! Äh, Wasser! Scheiße! Nein! Hast du Wasser? Das ist Wasser mehr! Das ist eingesperrt! Nein! Äh, und jetzt? Ähm... Ich hab mir das Wasser schon verschwendet! So! Eck! Oh Mann! Oh Mann! Du musst mal Wasser halten! Wo ist... Ich will den Block nicht schütt mal! Oh! Willst du mal Wasser haben? Oh! Lava! Ohlo! Ja! Oh! Alter! Puh! Kein Scheiß! Oh Mann! Oh Mann! Da hast du Wasser! Komm her! Ja! Ich hab schon unser eigenes jetzt wieder! Ähm... Ja? Seh ich jetzt mal! Wurde ich fackeln! Egal! Wurde ich fackeln! Oh, jetzt im Ernst! Äh... Die fackelt doch gar nicht! Scheiße! Oh Shit! Was ist noch ne fackeln? Hab ich euch jetzt verblößt um... Ich hab ja... Nein! Ja! Ein fackel sagst du? Ja, wäre ganz klar! Ich hab keine verblößt um System oben! Ja! Gut! Oh geil! Endlich doch wieder fackeln! Und dann... Du könntest vielleicht auch sowas kriegen... Äh... Hier... Und so... Eigentlich ein bisschen weiter... Genau! Ich find's jetzt nicht so spannend! Ja genau! Eigentlich wollten wir ja schon direkt anfangen mit dem Projekt hier und so! Eigentlich ja! Ja! Es kommt immer noch was dazwischen! Oh ja! Boah! Dann dankeschön bis zu dir! Tschüss! Bis zur nächsten Folge! Von Michael! Tschau! Tschau!